da jetzt aktiviere ich das Teil geht nicht aktiviere ich hier links ich hoffe jetzt bringt es mich da hin da wo ich hin muss ich hoffe die Möbelgeschwünsche bringen irgendwas ein paar Komponenten jetzt bin ich schon wieder hier ich bin aber nicht hier hin ich bleibe einfach auf der Plattform mal gucken was passiert wenn ich das jetzt irgendwie festhänge aber so vergessen als wir wollen das Hauptsache Ho bleibt hinten ah jetzt bin ich hier wo ich hin wollte kann ich ihn speichern? Nein schade eigentlich hallo der Big Daddy kann ich ein Blender jetzt nutzen gegen den ich hoffe ein Blender geht dagegen Präventivschlag nice und jetzt Sturmattacke ich bin direkt in Schock oh geil das hat funktioniert mit Double Sequence und voll reinhaut oh guck dir mal an wie schwach der ist und ich komme es dann mal hier im Schockzustand und da ist er down also diese Dinger kann man echt nur mit Schockzustand ganz easy besiegen 19 Sekunden haha und ich regte mich der Abwälte so einem einzigen wo nur so ein Sahni-Pudding ist Hoppe hat keine Freunde This Paul Selesse using a sanctum fallacy to tell what we're going sort of strange not really we've relied on them our whole lives the food we eat the light and water it's all from the fall sea you know I think a coon was really built for them the rest of us we're just leeches parasites you think Nee, wir sind Haustiere, der Fall sie, wir sind... Und die wollten nur ein bisschen Sims spielen. Und ohne ein Master zu folgen, meine Leben hat keinen Sinn. Hope, hör auf mich. Das Lassie, das Lassie, das hat alles aus mir genommen. Meine Zukunft, meine Träume. Ich wollte nicht denken, also ich kämpfle. Insofern, so lange ich kämpfle, nichts anderes war real. Ich bin weg. Und du, Hope... Du hast mit mir gespftet. Aber Lightning, ich verstehe nicht. Operation Nora ist終了. Was? Was? Nein! Du hast mir gesagt, ich kämpfle. Ich habe ein Fehler gemacht. Aber... Du kannst das nicht tun. Du kannst nur... ...ein etwas wie das bauen. Dann abandone mich. Ein Stacheln, deinem Stichlistenz. Ich werde das nicht tun. Es ist mir aufgefallen, dass es so zusammenhängt. Ich kann das nicht tun. Ich werde das nicht tun. Ich werde das nicht tun. Ich werde das nicht tun. sie meinen panzerlinger hört doch auch mit der sirene so schrecklich krankenhaustierungen zum heilen noch mein gott wird das gedacht und da ist ein schock mit zusätzlich nein das ist auch nicht 1 system 2 nächstes Was? War mich im Schock? Das wundert mich jetzt. Ja, der letzte, der kann ich leider nicht heilen, ne? Was? Regenboimschideen, nice. Oh, da haben wir wieder ein Dinges. Wo war es in der Welt gesagt? In welchem Zusammenhang? Ich muss den ganzen Satz mal sagen. Vielleicht haben Sie ein Sprichwort irgendwie übersetzt. Demolen Sie. Denn die Mund sind. So what do we do now? We're LaCie. Taking time bombs. Enemies of Cocoon. If we can't follow the plan, do we just lay down and die? I didn't mean we should give up. Then what battles do we fight? And against who? Tell me that! I don't know yet. You don't know yet? That's right. I don't know yet. But I do know we can't lose hope. Hope? Hope. Perfect. There's you. It's my name. Not who I am. I was just like you. My parents died. I had to be strong for Sarah, so I thought I needed to forget my past. And I became Lightning. I thought that by changing my name, I could change who I was. I was just a kid. Lightning. It flashes bright. Then fades away. It can't protect. It only destroys. It destroys. Sarah tried to tell me. But I wouldn't listen. There you are. If you really are, let's see. It's my job to deal with you. That's right. It's my job to deal with you. I threatened her. Come on, Slowpoke. Snow. Sorry. Got held up. Where have you been? I'm really late, huh? The only one who believed her was Snow. Don't say it. Don't say his name. It brings everything back. It brings everything back. What happened to her? And then I see a stupid face and... It's he's smiling. How can you smile when she's dead? I know. There's nothing I can do about it. I hate knowing that. No matter what happens, she's not coming back. When I was fighting, there was no time to think about it. It felt good just to give in. But now you... you start talking about hope. I'm sorry. You're messed up. No. It's my fault. Okay. Kurzer Gespräch hier an der Treppe. Während die Sali-Puddings auch hier waren. Kein Problem. Geht's einfach jetzt weiter. Nachdem wir uns jetzt ja ausgesprochen haben. Ah, ich schaffe es nicht, von hinten irgendwie an die Rand zu gehen, oder? Die werden mich sofort sehen, oder? Ich versuch's einfach mal. Und zwar hier hin. Ah, misst. Okay, sie haben mich alarmiert. Vom verkribbelten Sohn aus Breaking Bad? Äh, keine Ahnung. Ich habe Breaking Bad nur auf Deutsch gesehen. Ich kann nicht sagen, ob der gleiche Synchronsprecher ist. Aber meistens ist es doch so, dass die Synchronsprecher bekannt sind. Obwohl, nee, warte. Bei Breaking Bad sprechen die das selber. Ich finde es immer lustig, wenn ich bei deutschen Spielen manchmal die deutschen Synchronsprecher höre, die sie ja noch manchmal bei deutschen Animes sind. Oder andersherum. Bei deutschen Animes kannst du Synchronsprecher höre. Aber wenn ich so viele deutsche Animes höre, meistens frage ich über die japanische. Ähm. Dab.